hallo leute herzlich willkommen zurück bei der wmw ist wieder zu einem video und zwar weiß ich ich hab's wieder nicht eingehalten mit den sachen täglich videos und alles aber im moment muss ich gucken was ich mache ich verlinke euch auf jeden fall mal den gaming wars kanal da wir da auf jeden fall auch ein bisschen aktiver wieder waren ich weiß es keine entschuldigung jetzt hierfür aber ja wir können gerne die tage mal irgendwie machen ich streame über instagram oder youtube nicht youtube oder eigentlich nur instagram dann über den wmw account oder halt über den youtube gaming wars account kann man da fragen beantworten oder was weiß ich oder ich mache einfach keine ahnung ask account oder telonym keine ahnung mir ist es egal schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr darauf bock hättet fragen zu stellen ihr könnt auch gerne hier unten in die kommentare sorry dafür schreiben wenn ihr fragen habt oder so schreibt ja auf jeden fall nochmal sorry dafür dass ich es wieder nicht gehalten habe ich bin einfach so daily sachen sind nix für mich ich bin eher so spontan youtuber der dann was macht wenn er bock hat jetzt gerade hatte ich bock deswegen habe ich jetzt wieder was gemacht und ja ich denke mal wir können morgen eventuell wie gesagt eventuell weil ich halte es eh nicht ein video machen wie ich zur schule gehe oder so meinen tag und so können wir gerne machen dass ich da immer ein bisschen film ja ich werde es mal machen leute denke ich mal wir sehen uns morgen bei dem day nee nicht der liebe mein blog haut rein bis morgen tschau